Hallo zusammen, ich bin's Anna. Danke nochmal erstmal für das Aufrufen meiner Covers und meine Cover-Version von den Songs, die ich jetzt schon rausgebracht habe. Das meistgekriegte Video ist ein Cover von mir und die anderen Covers sind jetzt auch nur gestern raus und haben auch schon deutlich mehr Aufrufe als die anderen Videos. Vielen lieben Dank dafür an der Stelle schon mal. Ich hab gerade das Video, ich meine das Lied, was ich gleich mache, geübt ein paar Mal und ich hoffe, es ist jetzt besser als die anderen Covers, weil Lonely kam jetzt nicht so gut an. Es hat sehr viel negative Bewertung, tut mir leid, das hab ich vielleicht nicht so gut hinbekommen, aber Justin Bieber Lonely ist auch sehr schwer. Und das Lied, was ich jetzt ausgehört habe, ist auch nicht einfach und ich kann auch nicht so gut singen. Ich hab noch keinen gesamten Unterricht genommen, ich bin absolut blutziger Ankünder noch. Also, gebt mir ein bisschen Zeit, mich daran zu gewöhnen, vor der Kamera zu singen. Das ist ja auch nochmal komplett was anderes, als einfach nur so im Auto zu singen oder so. Und ja, das wollte ich dir nochmal vom Anfang der Stelle sagen, ich bin noch kein Profi, ich werde es auch erstmal noch nicht. Ich geb mein Bestes, ich hab das jetzt gerade echt sechs, sieben, acht Mal gesungen, meine Hals tut schon ein bisschen weh davon. Ich wollte jetzt nicht rumheulen, aber das ist echt anstrengend. Und wenn ich es schaffe, dann lasst dich überraschen, was diese Woche alles noch so auf euch zukommt. Ich werde dazu nichts mehr, ich werde das jetzt auch nicht ankündigen, ich werde jetzt auch nicht sagen, es kommen so und so viele Videos, weil ich weiß es nur nicht, ich weiß nicht, wie es mir geht, ich muss gerade auf mich aufpassen, aber es ist egal. Dazu kommt, gerade in schwierigen Zeiten, dass die Lied hat mir durch die letzte depressive Episode 2021 geholfen, das ist Stark von Sarah Connor. Und ich fange jetzt, ich rede jetzt auch wieder zu viel vor dem Video, tut mir leid, ich wollte mich auf jeden Fall einmal noch bedanken. Und jetzt folgt das Cover von Sarah Connor. Stark. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß beim Zuhören. In den Augen im Ozean Glitzernde Tränen, die vor dir auf dem Boden fallen Du hörst den Kopf und schaust mich an Frische Narben auf deinen Unterarm Alles ist dunkel und du kommst da nicht raus Diese Traurigkeit frisst sich noch auf Die Sonne geht unter, doch fühlt dich nicht mehr auf Deine Seele ist hier nicht zu Haus Und ich beiß mir auf die Lippe und ich schwör mir, ich bleib stark Zusammen gehen wir durch dieses Tag Ich kenn den Schmerz in deinen Rippen, wo viel Lichter, auch viel Schatten, doch die Wahrheit ist das Kind nicht, was du sagst Bitte gib doch nicht auf Bitte gib doch nicht auf Bitte gib dich nicht auf Nein, ich geh doch nicht auf Ich halt dich fest bei mir Gefangenen gesandten Labyrinth Allein obwohl hier viele Menschen sind Du verstehst, was in dir passiert Du weißt nicht mehr, wann hast du Glück gefühlt Alles ist dunkel und du kommst da nicht raus Diese Traurigkeit frisst dich noch auf Und ich freiß dir auf die Lippen und ich schwör mir, ich bleib stark Zusammen gehen wir durch dieses Tag Ich kenn den Schmerz in deinen Rippen, wo viel Lichter, auch viel Schatten, doch die Wahrheit ist das Kind nicht, was du sagst Bitte gib doch nicht auf Nein, gib doch nicht auf Bitte gib doch nicht auf Ich halt dich fest bei dir Gib doch nicht auf Nein, wir geben nicht auf Nein, gib doch nicht auf Ich halt dich fest bei mir Und ich beiß dir auf die Lippen und ich schwör mir, ich bleib stark Zusammen gehen wir durch dieses Tag Ich bleib stark Ich bleib in den Schmerz in deinen Rippen, wo viel Lichter, auch viel Schatten, doch die Wahrheit ist das Kind nicht, was du sagst Gott, gib mir nicht auf. Nein, gib mir nicht auf. Nein, gib mir nicht auf. Ich halte dich fest bei mir. Nein, gib dich nicht auf. Nein, wir geben nicht auf. Nein, gib mir nicht auf. Ich halte dich fest bei mir. Vielen Dank. Das ist ein Song für Menschen, die Depressionen haben, gerade durchhalten haben. Gebt euch nicht auf. Haltet durch. Ihr schafft es durch das Tal. Das ist die Message von diesem Song. Und die fühle ich. Und die hat mir auch sehr geholfen. Danke fürs Zuschauen. Abonniert und liked das, falls es euch gefallen hat. Gerade die Höhenkrone waren sehr schwer für mich. Die muss ich auf jeden Fall noch üben. Ich bin da noch nicht so gut drin. Ich bin ehrlich. Aber ich bin authentisch. Und ich hoffe, ihr mögt das, was ich mache. Und es hat euch gefallen. Wie gesagt, Daumen hoch. Abonniert mich. Es sind voll viele, die meinen Kanal nicht abonnieren und die mich gucken. Bitte. Ich finde es toll, dass ihr euch guckt. Aber bitte abonniert mich. Jedes Abo freut mich echt sehr. Ich freue mich so richtig darüber. Ich wirklich. Ich sage so, jawohl. Wieder jemand, der mich mag. Danke, danke. Nein, wirklich. Also das meine ich jetzt ernst. Und jetzt, das war es auch von mir für heute. Freut sich auf diese Woche. Diese Woche wird fett werden. Haha. Ich weiß jetzt schon, was ich alles vorhabe. Das heißt, glaubt mir. Es wird euch gefallen. Ich hoffe, es gefällt euch. Bis dann. Ciao. Ciao.